Dein Stab gegen den Händen? Genervt. Echt? Das ist ein bisschen meine Rettung, aber du lernst mit der Zeit, das komplett zu ignorieren. Ich habe das von Adrian gelernt, das komplett zu ignorieren. Der hat es geschafft, in der Einbahn so häufig den Start in den Berlin-Mobilow zu kriegen, dass mein Kind den Tag danach auflauert. Das war halt... Das war nicht, das war nicht durchschnittlich. Und Pugnato! Ich habe im nächsten Tag einen Gitarre und wusste, dass alles wegkriegt. Starte! Er hätte es fast gehabt, aber er hat den Hinten knapp verfehlt. Ganz ehrlich, so nach gestern bin ich reingegangen und wusste eigentlich nicht, was ich mache. Ich muss jetzt auch echt was sagen. Pugnato! Ich glaube, das ist das Einzige, was bei Adrian hilft, ist eigentlich eine sehr gute Taktik zu machen. Er ist ein Teil an der Kontext zu tun. Pugnato! Der Stoß nicht als Treffer gemacht. Germanicus sieht sofort auf den Betriebebereich. Das ist eine vollwertige Trefferzone. Kassiert aber dafür ein Konter. Aber der war schön. Doppeltreffer! Wer nicht ganz schüchtern ist, könnte jetzt einen der beiden vom Trocknen feuern. Wer das nicht gesehen hat, das Schwert will nicht in die Begräuze. Das ist ein Zeppchen. Wir müssen jetzt den Scherzbloten hinten machen. Ja, genau. So schön fest. Halt auch den Finger rauf. Ja, so, genau. Pugnato! Die Teufel wettert jeden Tag, fahrt auf seine Gelegenheit, sticht genau ein.